Seit März sind die Let's Dance-Profis Valentin und Renata Lousin, 37. Eltern, mit Töchterchen Stella im Gepäck, nehmen die beiden an der offiziellen Tour zur RTL-Show teil. Nun hat Mama Renata davon berichtet und erzählt, wie das trotz stressiger Proben und Auftritte mit einem kleinen Baby-Backstage funktioniert. Während der Let's Dance-Tour genießt Renata immer wieder Momente mit ihrer kleinen Tochter, in ihrer Instagram-Story teilte die Tänzerin jüngst einen niedlichen Clip, in dem sie Stella auf dem Schoß hat. Dabei klappt auch nicht immer alles, denn wie die frischgebackene Mutter verrät, hält sich Stella nicht immer an die geplanten Zeiten zum Stillen. Offensichtlich ist die Krone vom Kostüm gerade spannender, scherzt die Profi-Tänzerin. Ansonsten sei sie jedoch froh, trotz ihrer Rückkehr aufs Tanzparkett keinen Moment mit ihrer Tochter zu verpassen. Sie gibt mir so viel Energie und Power. Und meine Leidenschaft könnte ich nicht ohne so tolle Unterstützung eingehen. Mit Unterstützung meint Renata auch die Hilfe ihrer Schwiegereltern, die zum Beispiel während der Proben in Düsseldorf immer wieder auf Stella aufgepasst haben, während sie und Ehegatte Valentin das Tanzbein geschwungen haben. Das ist so nicht selbstverständlich und wir schätzen es sehr, richtete die 37-Jährige einen Dank an Oma und Opa von Stella. Mittlerweile ist die Let's Dance Tour in vollem Gange. Nach dem ersten Stopp in München ist das Ensemble am Dienstag in Mannheim, bevor es über Oberhausen weiter nach Berlin geht. Und das war erst der Anfang. Insgesamt absolvieren Renata und Valentin also jede Menge Auftritte. Nach ihrem erfolgreichen Comeback in München waren bei Renata Lusin schon Tränen geflossen. Mein Gott, bin ich emotional geworden, das hat so viel Spaß gemacht. Es ist so schön, auf dem Parkett zu sein. Was für eine Energie, unfassbar, sagte Renata sichtlich bewegt. Gemeinsam mit Mann Valentin und Töchterchen Stella hat Renata nun den perfekten Mix aus Arbeit und Familie. Wie der heap, dann hörte ich an, wie das auch nicht an den Arbeitsplatz geliehen. Wie der abon Frontend nach Berlin geht, ja in guter Find. Wie die lust des Maisern gibt, der Ingram ist das Lukas sowie 자�raten der Mas таş-Land und Barth妈anz.